und hallo da sind wir wieder für die let's play together super high-world so da du drei Lippen hast kann ich alles auf eine Karte setzen und auch zu Butterbrücke 2 darfst mal gucken wie es aussieht aussieht los lauf, lauf hoffentlich nicht, ne das ist es nicht was, wow da war ich gerade nicht so vorbereitet ich hab die Tastatur noch nicht mehr in den Fingern gehabt denn wir haben immer noch keinen Pad Prozent Prozent nein das war nicht ich werde nicht fliegen das kannst du vergessen du die Woche die Schelle das war was ein Stundbild siegern der Verworter bis zum Feder auch wenn eine Feder drin wäre oder ein Peacewitch ne, das kann ein Peacewitch drin gewesen sein ja das darf man natürlich ebisch fällt oh nein sie haben Schusswaffen wenn man das Waffen nennen kann da sagt denn noch einer du bist doch einfach man das ist doch da das ist ein Blauer ahaha ja das war diesmal so in der Nase juckt so ah, schau, Mittelpunkt dabei wow, der hat ein rotes Cape who kehrs da hast du Fehler ist das etwas in der Röhre? ähm, ich würd's versuchen nein dann ist das etwas in der Zweiten ist egal, geh weiter ne ach, geh jetzt doch einfach weiter man, geh weiter ha trotzdem was das wirklich wert nein, ganz ehrlich nein sieht böse aus das ist Münzen sammeln das ist uns nix aber trotzdem obwohl du kannst ein Leben bekommen hättest du dich nicht so dumm angestellt ich könnte ja nochmal zurückfahren ah ah ich glaub die haben mich wirklich vermisst wow, wow Hintergrundänderung das Leben ja stell dir vor, schau mal ein Leben Sportlimitation na wegen diesem tollen Stocken wollte mein roter Baron nicht springen und ich flieg 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 vom Safe State sondern vom Mittelpunkt und dann kann die zweite Röhre wenn du auch da rein willst ne dafür hab ich zu wenig Münzen wow na toll na toll na toll na toll dieses Level hasst mich es hasst mich absolut was hab ich dir gesagt was hab ich dir gesagt komm aber ich hab immer ein Leben bekommen hätt ich es nicht wär ich jetzt pick du müsstest mir meine Leben abzocken ja ab die Abzockerbande ne oh yeah und ich bin auch so kurz mit einem und ich habe einen Bonus Luigi Power aktivieren Bonus Game Hals und Bein Kassel ich hab jetzt nur noch so klasse Erinnerungen an dieses Kassel ich kann mich auch super dran erinnern ich jetzt nicht wirklich aber es gefällt mir jetzt schon nicht mehr so toll denn es gibt viele Morgenstern Morgen Sterne ich bin jetzt Lauf der konnte dich da nicht erwischen ja ich will grad laufen so sehr blöd unglaublich mit dir hier in einem Haus zu rücken mehr kriegst du nicht ich bin Schmacher wie ein Blutsauger hängig an ihm im großen aber wie viele Kassel steht momentan 3 zu 1 das eine kann ich das Kassel sehen das war einfach nur so ein Zwischenteil okay dann schließt es 2 zu 1 ja für mich ich hab das Schwierigste Kassel Morten ja du bist gestorben du Idiot lach nicht wir sind alle irgendwann weiter gestorben bei Ludwig äh bei Morten ich bin bei Morten nicht gestorben wir sind beim ersten gestorben mehr als Ligi das war es hauptsächlich auch wieder nun kommt so hoch das gibt es so nicht ich hab doch das solltun für ich bin es ganz schön ich hab den Ort Koppel wurde bei uns wieder unterwegs schlechtesten Tag schlicht wird was Kürz noch nie kann das sein zum Beispiel die Schöne Rüschel hat die denn immer auf der Patsche geholfen der große Artikel die Gäste sind ich hab's tatsächlich geschafft durch meinen tipp das fand ich so toll es kommt wieder es war zu laut im letzten moment schaffe ich es wo bleibt die tür hier kann man leben sammeln ja ich weiß da habe ich mich als krass drüber gestellt ich weiß ob man damit schlagen auch kann wir wollen es nicht austesten mit gleich mal bei der old school version nur hochschneider schneider das ist ein guter Aarman passt doch auf die Börse man muss doch von mir gelernt es kommt so vor als wir es noch zu tun das ist Spaß El Grane Prozent das wird es schlauze und aufgrund der unterbringstufe von Werthof und Spiel das war es manche doch 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 wir werden jetzt nicht noch mal so einen langen Teil brauchen und dieses verdammte Kasse doch 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 das ist doch da 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 War das jetzt wirklich so nötig? Was? Das da da so zu betonen Da 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 Probier jetzt mal meinen Pilz zu behalten Kommst du wohl da ein bisschen schneller Nein Ohhhh Kommst du wohl da runter Dom 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 Komm schon, komm schon, komm schon Ah ja, ich werde es schaffen Na, na, was ist denn? Ja, ich habe es geschafft Jetzt verkackst nicht Es geht um dein Leben Ich möchte nicht, dass es wieder welche von mir aus Ist ja auf einmal ein roter Aber gerade eben kein roter Nein Nein Kann ein Arsch noch so gefährlich sein Scheiße Das ist sein Arsch BAM 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 Muss schon Mario heißen BAM 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 Jetzt pass auf Jetzt Das ist Brav Ich werde das schon Leben müssen zusammenbekommen Stimmt, guck mal So jetzt Hoch Und Arm in Head Du kannst noch mehr rausholen Ich weiß, hier kann man ganz viele rausholen Wow Das ist eine dumme Idee Ich hätte zuerst den unten geholt Ich geh jetzt runter Das ist so viele Leben Das ist so viele Leben Das ich mir holen kann Was ich so komisch finde Eigentlich ist das Das Schloss ist total klein Ja, tatsächlich Gute Lastung Glaubst du es hat etwas Mysteriöses mit sich auf sich? Hm, ne Ja Da war ich zu früh Ja, so sammelt man Jetzt geh weiter du hast 100 Time Wer weiß, wie der Kampf gegen den Weg von Krupa muss sehen wird Wow Komm den da kriege ich aber noch Alle guten Dinge sind Zehn Leben Ach so Wo soll er denn? Ah Der tolle Feuerkuper Wow Ich dachte du musst ihm hinterherlaufen Das war bitter Das war echt doof von mir Der Doofe ist Kein Mittelpunkt Kein Mittelpunkt Na aber ist auch echt kurz Weißt du warum ich jetzt voll Lust hatte? Was chinesisch ist Ich auch Zum heute Abend was essen gehen Chinesisch Boah Ich hab eure Namen frei Meine Schwestern sind weg Ich habe ein tolles Geschenk von ihnen Hehehe 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 Insider Ja Okay Die Zuschauer würden schon Sagen Tui Glaubst du dann auch? Zu wem? Zu mir Oder zu meiner Mutter Oh der Rant Das könnte knapp werden Ach das wird wirklich scheiträck knapp Aber Weil ich kann ja noch Den hier Ne? Ich weiß du schaffst es Ich bin grad durch dummheit gestorben Weil ich wirklich gedacht habe Man muss ihm folgen Ja Ja Man sollte nicht jedem folgen Mädchen sollte ihm auch nicht folgen Endes nur Imaterial Blöden Schlamm Naja Spaß Was Ach scheiße Fail Kann es sein dass rechts ähm Pilze ähm Pilze sind? Ich geh gleich mal gucken Aber erst wenn ich bin Oho Wer ist denn dein Leben Mars? Da wollte ich nämlich schimmeln Weil er hat nämlich gleich ein Fehler Bäm 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 Das war irgendwie asozial Bäm Das war irgendwie total asozial Ja Das war wirklich asozial Ah Das waren die Macher mit 20 Wir machen jetzt schnell Ludwig Warte Drück Pause Ääh B B Denn Ich Möchte Sicherheitshalber mal ganz kurz auf die Aufnahme gucken Uhhh Denn wir machen jetzt lieber einen kleinen Schnitt unter nächster Episode. Machen wir. So, wir haben die Butterbrücke nämlich jetzt endlich abgeschlossen. Nächste Episode machen wir weiter. Bis dann. Bis dahin. Also ihr seht's morgen wieder. Ciao. Ciao.